Hallo zusammen, ich habe heute wieder mal ein älteres Kühlaggregat, das ich auf Vordermann bringe und hier haben wir Amaflex Schlauch drauf. Das Kühlaggregat stammt aus diesem Kühlschrank und zwar sieht das Teil so aus, wenn es unten drin ist und so dann der Kühler und ihr seht hier unten diesen Amaflex Schlauch und was es auch war, aber dieser Amaflex Schlauch, ihr kennt das, wir brauchen so was in neu beweglich, flexibel und hier ist dieser Amaflex Schlauch, wenn ich den drehe, dann bricht er auseinander, ich kann ihn also nur wegnehmen, wenn ich ihn verbreche und das ist jetzt Amaflex Schlauch, ja ich war sag mal 80 Jahre am Kühler gegart. Dieser Kühlschrank von Coca Cola, hier wäre noch die Original Betriebsanleitung, ist aus Missouri hergestellt, mit der ganzen Elektrik, was man sonst so braucht. Ja, das war's zum Thema, isoliert euer Wohnmobil mit Amaflex und das Zeug wird pickelhart nach 80 Jahren, wenn ihr es erlebt, gut und sonst wird der nächste Freude dran haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag.